So, ganz neu hier in Phantasialand und ich mache mal eine kleine Runde. Wir gehen mal auf Abenteuer in Deep Afrika. Los geht's! So, der GoPro ist da. Hier gibt es was Neues. Deep in Afrika. Da gibt es so einen Adventure Trail. Da gehen wir jetzt mal laufen. Ich lasse das Kamera jetzt draußen und würde dann alles aufnehmen mit der GoPro. Einfach mal ein bisschen Action reinhauen. Also Deep in Afrika. Wir laufen mal hin und da geben wir mal so richtig Gas. Bock drauf! Also Deep in Afrika. Adventure Trail. Also hier kann man laufen. Bin mal gespannt, was hier alles so abgeht. Schau uns das mal an, wo wir hier durchgehen. Schauen wir mal. Da sind die Firmen drin. Super, danke dir. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Deep in Afrika. Was ich muss schon sagen, ist schon echt, echt cool gemacht. Da haben wir so ein Brückchen, wo wir rüber gehen. Und überall wo man guckt links und rechts ist dann auch so der Black Mamba, der vorbeikommt. Jetzt gerade natürlich nicht, aber eigentlich sollte er da vorbeikommen. Also die Bahn von Black Mamba läuft ja echt komplett überall durch. Vielleicht haben wir Glück. Dann sehen wir, wie wir kommen kurz. Dann läuft die Bahn. Jetzt gerade kommt er natürlich nicht vorbei. Aber ja. Ich finde das hier, der Adventure Trail schon echt cool gemacht. Also hat schon was. Oh, da kommt er, da kommt er. Da kommt er. Da kommt der in den Firmen kann. Ja, Black Mamba kommt ja einfach an uns. Also wie sie das gemacht haben, auch hier voll so in dem Gebiet Deep in Afrika, gefällt mir mega. hopp 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 so was haben wir ein bisschen Wasser an die Füßchen schön gemacht hier wirklich sehr sehr schön gemacht ein bisschen Survival einfach auf dem Tag Freizeitpark, also gefällt mir hopp 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 oh shit oh shit also wenn sich das ausgedacht hat, genial Stau hier in Deep Afrika Stau 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 ein bisschen Pooldancen brauche ich die Säcke die wir an der Seite boxen hier mal gucken hier ein bisschen Feuer an die Füßen ha ha geil gemacht wirklich wirklich cool gemacht so Oh, ja, ja, ja. Das ist alles ein bisschen gemacht für kleine Leute, nicht wirklich für große Leute, habe ich so eine Idee, aber da gehen wir. Hoppa, geschafft. Und dann haben wir es tatsächlich aus Afrika geschafft. Mein lieber Scholli, war das lecker. So, in Afrika geht man rein und in Berlin kommt man raus. Sehr besonderer Weg, den wir gerade gelaufen sind. Also es ist schon mal besonder, dass man zwei Kontinente komplett überquert innerhalb 10 Minuten. Also sehr cool, was wir hier gemacht haben. Der Adventure-Trial da drin hat schon richtig, richtig Bock gemacht. Sicher für kleine Kinder, die man eben so im Sommer, ich glaube, da kann ich viel Wasser spielen wollen, können sie lecker nass werden. Also, Daumen hoch für Phantasialand. Ich habe es gut gemacht und damit Deep Afrika noch ein bisschen extra gegeben. Also ich finde es sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja.